so willkommen zu einer neuen folge auf meinem kanal rams ist der dicke wir wollen ein kleines ausbeute video machen zu den top rates beziehungsweise elite rates wie sie auch genannt werden mit regi drago ein kleines fazit und ein bisschen schon wieder meckern und gleichzeitig auch dank an die community da kommt einiges zusammen was mir gerade auch aufgefallen ist ich habe noch gar nicht hier reingeguckt es war ja angekündigt dass es auch eine befristete forschung gibt die endet in 16 minuten und da möchte ich erst mal abholen damit ich das nicht vergesst das sind zwei forschungen beides ist das gleiche es gibt 10.000 erfahrungspunkte und bonbons für regi rock regi eis regi stil schließe eine neue freundschaft für leute die niemanden gefunden haben den sie enden können empfehle ich immer löscht einen freund den ihr habt und fügt den gleichen wieder hinzu also wenn ihr und euer homie rumsteht und vergeblich leute sucht die ihr enden können dann addet euch einfach gegenseitig noch mal wenn ihr euch löscht bleibt euer freundschaftsstatus ja erhalten und ihr könnt euch löschen direkt wieder adden die aufgabe ist erledigt oder wer zwei accounts hat kann sich selber löschen und sich selber wieder hinzufügen ihr braucht dazu keine fremden neuen leute natürlich soll das so sein dass ihr rausgehen sollt sollt unterwegs leute kennenlernen sollt an den raids dann die leute adden und in eure liste mit aufnehmen aber wenn da wirklich keiner ist und ihr alleine da rumsteht dann könnt ihr auch bestehende freunde löschen und wieder hinzufügen ich gehe deswegen mal ganz kurz hier auf meine freundschaftsanfragen und schau mal wer da drin ist und wen ich da annehmen könnte jesse tnt glu brutalino fikus ich glaube dieser brutalino der gefällt mir am besten vom namen her deswegen werde ich den brutalino jetzt mal annehmen hier reingucken und dann sehen dass es nicht gezählt hat was ist das denn schon wieder für ein rotz jetzt gehe ich noch mal drauf gucke noch mal rein und dann sehen dass es nicht gezählt hat das zählt immer noch nicht da bleibt mir nur die app mal neu zu starten oder dann schon wieder zu sagen dass irgendwie das alles wieder mal verkackt ist es gab sowieso schon wieder probleme heute 11 uhr 14 uhr und 17 uhr konntet ihr spielen konntet top raids machen aber nur halt an x raid arenen tauchen die ja auf und ich hatte so viel probleme dabei auch bei allen anderen gerade zu den zeiten wo die raids stattgefunden haben haben viele berichtet sie kamen nicht in die freundschaftsliste sie konnten kein geschenk öffnen es wurde gar nichts mehr angezeigt leute sind aus den lobbies geflogen leute kamen nicht in den fangbildschirm haben neu gestartet die app hat sich aufgehangen die surfer waren überlastet schon wieder irgendwie jetzt gehe ich noch mal hier drauf und jetzt seht ihr plötzlich ist es abgeschlossen ich musste neu starten das hat irgendwie hinterher gehangen mache ich jetzt aber hole mir zweimal hier die bonbons ab zweimal die erfahrungspunkte ab und dann ist hoffentlich hier nichts weiter drin außer eben diese aufgabe mit dass man eine neue freundschaft schließen soll ja gut hier ist noch eine andere forschung da kann ich jetzt hier noch was abholen die ist aber noch ein paar tage aktiv das hat mit dem roten event zu tun das machen wir so holen wir hier das auch gleich noch ab beim roten event wenn wir einmal dabei sind um auf die nächste seite zu kommen aber dann möchte ich euch die ausbeute zeigen was ich heute gefangen habe wieso ich heute überhaupt gespielt habe und mich natürlich auch bedanken bei allen die mitgemacht haben ein glumander mit einfach fabelhaften wurf das sieht auch gut aus ich hatte auf jeden fall auch probleme 11 uhr ich bin rein der noodle account hatte den raid boss besiegt ist in den fangbildschirm gekommen beim ramses account der main account hat einfach weitergezählt der boss ist nicht geschrumpft die zeit ist weiterhin abgelaufen es hat sich gar nichts mehr getan ich habe es dann die app neu gestartet und nach dem neustart immer sobald ich die arena berührt habe kam der button mit dem boss das hat mir angezeigt dass mein raid pass in der arena ist ich konnte dann aber nicht mehr drücken um in die lobby zu kommen weil sich direkt beim auf die arena drücken wieder eingefroren hat der bildschirm das ging so lange mit neu starten und versuchen neu starten und versuchen bis der raid weg war ihr habt ja nur eine bestimmte zeit um den zu fangen dann war der weg und dann konnte ich den nicht fangen dann habe ich das einfach gemeldet bei nientik hier den das raid protokoll eingeschickt ob ich jetzt den pass krieg wieder weiß ich nicht ich hatte nicht mal die möglichkeit den zu fangen hat mich auch zeit gekostet gerade wenn die top raids nur eine halbe stunde da sind und ihr eine tour machen wollt und wollt sechs raids in der halben stunde schaffen was ich heute auf dem plan hatte ihr bei einem raid aber 20 minuten steht bis endlich du in den fangenbildschirm kommst oder der raid fertig wird das ist natürlich mies und so war das heute und das darf eigentlich gar nicht sein das drücken wir jetzt mal hier durch ich habe beim zweiten mal als das war eben nicht die app neu gestartet habe dann einfach gewartet und gefühlt nach zehn minuten wo der raid eh schon längst um war es war einer der letzten raids um 11 uhr da hatte ich nach hinten unendlich zeit und nach 10 bis 20 minuten ist der boss dann geschrumpft da war der raid schon längst weg da war es nach halb die raids waren gar nicht mehr da da ist er dann geschrumpft das war auch herrlich so jetzt möchte ich euch kurz mal zeigen wie wir das heute gemacht haben ich habe hier eine kontagrafik gepostet im community tab ich habe auch gestern abend schon veröffentlicht wie das ablaufen wird top raid tour 11 uhr wir hatten raids 11 uhr schloss elisabeth burg 11 uhr 15 stehle 11 uhr 25 sandlandschaft das hat sehr gut geklappt ich habe mir auch mal aufgeschrieben wie viele leute immer so in der lobby waren beim ersten raid waren es 18 leute in der lobby beim zweiten waren es 14 leute und beim dritten raid waren es 13 leute da war also ordentlich was los das hat spaß gemacht ich habe hier auch die bilder von den arenen reihen das ist alles campfire aber campfire kann auch immer noch nicht jeder haben dauert noch bis das mal ganz ausgerollt wird warum auch immer dann das war das komplizierteste und schwerste ihr seht schon hier ist die liste lang top raid tour 14 uhr ich habe gepostet futuristik sculpture 14 uhr 14 uhr 5 street art die waren direkt nebeneinander 14 uhr 12 extra tour so hieß die arena da ein bisschen mehr zeit weil die entfernung weiter war 14 uhr 18 ludwig bechstein 14 uhr 23 johannes brahms die zwei waren im englischen garten auch nebeneinander und dann strand strom häuschen 14 uhr 29 wo nur noch eine minute der raid da war aber selbst wenn ihr bei 10 sekunden wo der raid da ist in die lobby geht habt ihr die vollen zwei minuten lobbyzeit übrig müssen halt dann alle schnell rein hier habe ich mir die leute aufgeschrieben da waren wir 8 8 6 9 15 und 9 also im englischen garten der zweite waren 15 leute drin da waren die meisten spieler auch hier habe ich natürlich wieder die fotos gepostet und welche raids was wie wo versucht das immer ein bisschen anschaulich zu machen dass man auch weiß wann was wie wo war konstin habe ich zum beispiel auch gesehen der hat da gesagt der ist auch unterwegs er würde sich da irgendwo anschließen war auch in der lobby mit drin weil das beim letzten mal verpasst hat und die daten für die top raid tour 17 uhr bemalte litfaßsäule 17 uhr 8 marsdall 17 15 fischknabenbrunnen 17 25 schiffs frack auch wieder hier gepostet mit vier fotos dazu damit ihr bescheid wusstet danke also an alle die da mitgemacht haben unterstützt haben hier war die spieleranzahl 7 9 10 und 8 ich möchte jetzt niemanden einzeln nennen aus datenschutzgründen möchte aber nochmal sagen dass ich endlich wieder das gefühl hatte spaß zu haben zu raiden eine community in einer community zu raiden man gemeinsam einfach gespielt hat man gemeinsam einfach gespielt hat letzte zeit ist das ja alles irgendwie jeder macht sein ding für sich heute haben wir unser ding gemeinsam gemacht mit unlauteren mitteln aber wir haben es gemeinsam gemacht und jedem war geholfen und irgendwie hat es spaß gemacht so jetzt zurück aber in die app nämlich warum habe ich überhaupt das ganze nochmal gespielt da muss ich hier drauf drücken und muss mal schauen welcher übrig geblieben ist ich habe vom letzten mal als rigi drago da war sechs raids glaube ich gehabt sechs rigi drago gefangen und alle rigi drago sind mittlerweile weg gewesen sind vertauscht worden immer wenn du einen glücksfreund hattest haben die gesagt sie konnten da nicht spielen sie hatten da keine zeit sie hatten keine mitstreiter niemand hat mitgemacht oder sie haben keine x raid arena gehabt bei denen gab es gar nicht so einen raid die haben den pokédex eintrag natürlich nicht und haben das bei glücksfreunden genutzt gleich rigi drago oder dann auch rigi eleki als glücks pokémon sich tauschen zu lassen war für mich okay hat halt 40.000 gekostet bei glücksfreunden wenn die den eintrag noch nicht haben ich habe das ja selber auch einmal gebraucht habe einen mirror trade damals gemacht das war glaube ich von von dole pi genau das war also das einzige rigi drago was ich überhaupt noch auf der hand hatte hatte aber dem alex versprochen wenn ich noch mal eins wenn ich noch eins habe ich hebe dir eins auf ich gebe dir das in einem lucky trade jetzt habe ich das was ich für ihn aufheben wollte aber auch nicht mehr gehabt also habe ich gedacht wenn heute was ist ich ziehe durch ich mache heute raids und ich habe insgesamt zwölf rigi drago gefangen wir haben aber 13 raids gemacht und das eine war das wo dann eben das symbol drüber erschienen ist dass der raid boss nicht mehr fangbar ist obwohl noch 20 minuten der raid an der arena war weshalb ich das raid protokoll natürlich auch hochgeladen habe patch habe ich gehört der braucht auch eins deswegen habe ich mir das erste hier genommen habe patch dran geschrieben das ist auch mein größtes was ich jetzt habe an das zweite was ich gefangen habe habe ich alex dran geschrieben sodass die zwei reserviert sind der rest ist frei wenn wir hier mal drauf gehen und bewerten sehen wir der patch ist das größte hat auch drei sterne alles jetzt also vom 13.5 drei sterne hier der alex auch drei sterne das sieht gut aus bei dem ist fast alles voll noch ein drei sterniges mit 15 angriff zwei sterne zwei sterne drei sterne zwei sterne drei sterne drei sterne drei sterne drei sterne das ist glaube ich sogar noch ein bisschen besser als das andere nochmal drei sterne die gehen ja alle fast in die gleiche Richtung nochmal drei sterne und ja das war es das heißt so ein absolutes Highlight war leider nicht dabei außer bei Pupsi die hat in einem Raid ein hundertprozentiges Rigidrago bekommen hat mich gefragt auch ob das gut ist ob man damit was macht leider an sich nicht aber einen Hunderter hätte ich auch gern weil ich alles unbedingt als Hunderter irgendwann mal haben will so das sind meine 12 von heute die ich gefangen habe ich habe erst gedacht wir schaffen das eh nicht wenn von einem Raid zum anderen nur 5 Minuten Zeit ist habe aber gedacht zwei Minuten Lobbyzeit eine Minute Kampfzeit eine Minute Fangzeit und eine Minute noch zur Arena zu kommen sozusagen das sind genau 5 Minuten hat relativ gut geklappt danke nochmal an alle die heute mitgemacht haben die heute dabei waren die sogar 11, 14 und 17 Uhr dabei waren die Leute die 11 Uhr nicht konnten aber 14 Uhr eingestiegen sind die Leute die 11 Uhr dabei waren aber dann nicht mehr es hat auf jeden Fall Spaß gemacht ich fand es heute eigentlich richtig cool mal gucken was als nächstes in die Top Rates kommt in die Elite Rates und wie wir das demnächst wieder machen können normal haben wir ja immer drei Streams gemacht auch 11, 14, 17 darauf habe ich heute verzichtet nur dieses Ausbeute Video jetzt hier reingehaut aber es hat Spaß gemacht und war gar nicht so stressig und so extrem wie ich mir das sonst in Erinnerung habe denn in den Streams kommen ja immer die Leute und sagen ey ich hab dich gerade geedit kannst du mich einladen weil die immer noch nicht wissen dass man bei den Top Rates nicht einladen kann das sind vor Ort Rates deswegen ist man wirklich darauf angewiesen dass Leute vor Ort sind oder dass Leute eben Luftunterstützung geben und das fühlt sich trotzdem an als würdet ihr zusammen spielen und ihr könnt euch aufeinander verlassen und ja mir hat es Spaß gemacht danke nochmal an jeden der dabei war der mitgemacht hat ich weiß viele sind auf der Strecke geblieben die haben niemanden gehabt der mit denen zusammen raiden kann das Ding wäre sogar im Duo gegangen also vielleicht doch mal dahingehend sich einen zweiten Account zuzulegen und den ein bisschen aufzuwerten dass gerade wenn sowas ist man mit zwei Accounts im Notfall vielleicht den Raid Boss selber besiegen kann und fangen kann dass man nicht aufgeschmissen ist aber ist ja auch wieder gegen die Niantic Richtlinien und Nutzungsbedingungen Standort verändern Multi Accounting Account Sharing alles ist verboten wie sollen wir also wenn wir nicht mehrere Accounts haben das schaffen wenn wir ja keine Mitspieler haben oder wenn es Mitspieler gibt die aber nicht da wohnen und sich aber auch nicht zu dir teleportieren können um mit dir zu spielen das ist verboten das ist verboten das ohne können viele einfach gar nicht mehr spielen wenn ihr die Möglichkeit habt ganz normal dann ist das das Beste was sein kann aber wer nicht muss sich zu helfen wissen und es sind leider schwere Zeiten das war es jetzt aber von meiner Seite aus wir sehen uns beim nächsten Mal Peace out for out euer Ramses und der Anfang hat mich halt abgefuckt da es da wirklich trotzdem wieder Serverprobleme gab immens die ganze Zeit ich habe erst gedacht ich lasse 14, 17 Uhr einfach weg aber ich habe dem ganzen noch eine Chance gegeben und es hat sich für mich gelohnt ich hatte Spaß das war es Peace out for out euer Ramses